hallo und herzlich willkommen liebe zuschauer hier auf meinem kanal ja jetzt bin ich im urlaub und wollte eigentlich für youtube keinen bericht machen aber ich bin hier gerade mit echt so was von überwältigt wie schön das hier aussieht und habe jetzt auch noch kamera mit und alles dabei und möchte ich euch gerne ja ganz ganz kurzen bericht nur abgeben auch ohne intro ohne werbung ohne alles ja ich bin jetzt im urlaub im schwarzwald und wir haben einen kleinen abstecher gemacht und zwar hier reinfall von schaffhausen und wir im hinter sind hintergrund sehen können das sieht sehr schön aus das ganze ist nicht auf deutscher seite nein wir sind hier in der schweiz mitgenommen habe ich natürlich hier die osmo action kamera damit ihr überhaupt jetzt mich hören und sehen könnt und ich habe ein schönes foto gemacht hier mit der sony alpha 7 mark 3 und im 18 millimeter objektiv von samyang ich wollte diesen schönen wasserfall so ein bisschen verschwommen dargestellt haben und deswegen habe ich auch sogar schlauerweise das habe ich von rico best gelernt schnell mal einen kleinen tausender nd filter mitgenommen und das habe ich ungefähr da hinten von der brücke aus gemacht und auf dem stativ gestellt sechs sekunden belichtungszeit und ich glaube auch das foto ist was geworden meine tochter meine kleine süße die hat für mich eine kleine tasche mit geschleppt und da ist meine drohne drin die dji osmo nicht die dji osmo sondern die mavic air 2 und ob ihr es glaubt oder nicht an diesem schönen platz hier darf man sogar in der schweiz drohne fliegen und auch die bilder zeige ich euch und ich würde sagen wenn ihr mal in der nähe seid fahrt hier auf jeden fall hin für jeden fotografen videografen lohnt sich das ganze hier so das soll es auch schon mit dem bericht gewesen sein vielleicht zeige ich euch noch ein paar bilder die ich jetzt hier gemacht habe und dann war es das ja dann würde ich sagen sehen wir uns wieder zum nächsten beitrag in diesem sinne wie immer wünsche ich euch eine schöne woche oder auch ein schönes wochenende bis dahin euer michael tschüss und dann und 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 und